Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Der ist ja nicht mal ganz dicht, Alter. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Der ist bald der Nächste, der drauf geht, ey. Aufgabe abgeschlossen. Ich muss mal gucken, wo der ist. Nein, geh mal da lang. Mensch, rutscht, rutscht, rutscht. Was ist passiert? Was ist passiert? Na, den können wir schon mal kriegen hier. Oder alle Böder. Boah, ey, das ist mit denen los, ey, da. Da ist er. Du kommst auf keinen Fall vorbei, Kümmerling. Hm, du schon. Ach, du wirst du mit rein. Ey, komm, überall vorbei, Wolke. Ich weiß noch, wie ich schrie und wie lange ich antauere. Ach, shit, ey, komm ich nicht weiter. Ach, scheiße. Na, der geht mir nicht auf dem Sack da oben. oder die knarre muss man ist da irgendjemand auch deine letzte die 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 Scheiße, ey. Gibt's doch gar nicht. Das war ein Tonklinger, ey. Aber das habe ich hier den Überblick verloren hier, ey. Fuck, ey. Da kann ich so Füte kommen müssen, ey. Oh, okay, wie die Körte gut, ey. Ich bin ja Rotten. Ich muss mal dazwischen quatschen, ja. Wo ist denn der? Diese scheiße Suche, der kotzt merkt man aus, dann machen wir die ganzen Games. Diese scheiss Gesuche, ey. So rufen, so rufen, ey, ah, der führert mich an, ey. Das ist nicht gut, mon dieu. Immer sind nur das Köpfen, ey. Ey, wurscht, warte, scheiße, suche ich, äh, gott mich an. Steht, ey. Ey, ich finde ihn nicht. Warte, hier an Zeit verflöten, hier, der wird aufnehmen, ey. Pff. Ist ja nirgendswo, ey, er ist vom Kotzen. Oh, Mann, 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 ey. Nein, nicht. Bringt ihn hinein, schnell. Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. Oh, Mann, Mann, ich bin ein Meunier, der nicht mehr beobachtet hat, seit Samuel erholt sich auf seinem Brach. Wie ist das? Küche von Köhren Auch von Na, wie machen wir? noch mal ebenso ist da irgendjemand das ist in meinem in meinem kopf ja gut hier legt sich alle selber um das war's für dich auch noch der die mal gucken wo der auch scheiße sind da viele der ist bestimmt um und hat gut sein ich schenke euch das leben die katakomben er ist in den katakomben unter der alten kürzer naja dann noch bevor wir abbauen holen wir uns noch eine kiste hier wo ist denn rum Ich bin der Protektor! Nein, ich bin nicht! Dann werden wir hier mal aufholen. Nein. Joh, jo, jo, jo. Das Königreich der Bettler... Abgeschossen. Gott sei Dank. Ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Pfad weiter, aber haut da rein, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020